So, weiter geht's. Und frisch mit einer Schnapszahl an Leben. Ja du musst ja. Schwadeschwanz. Tschüss, weiss. Tschö. Wie tschö. Am besten stirbst du mal nicht diesmal. Okay. Ja. Schön weil das sieht immer so abgesprochen aus, halt. Irgendwann kriegen wir nicht hier Kommentare, und dann drin steht, Ey seid ihr echt zu blöd oder tu den auch so? Und ich werde sagen, nein, wir sind leider echt zu blöd. Ich weiß nicht, wer von euch weiß ich schon mal bei so einer Aufnahme war, wenn ihr im Fernsehen sitzt. Halt immer so Schilder hoch, jetzt klatschen. Hier steht ein und hält so ein Schild hoch, jetzt sterben. Ja das stimmt. Hallo, schöne Grüße auch mal von hinter der Kamera. Aus dem Studio der LP, äh... Ach... So, ich hab Ende. Ja, Ende haben wir schon mal. Mach keinen Blödsinn. Soll ich das echt haben? Ja. Nach oben werfen. Aha. Hab ich dich da reingeworfen? Ja geil, geil. Hast mich da reingeschmissen. Puff zum Bananen sammeln. Oh nein, hier kommt bestimmt komische Müll. Aber, Männer. Kann ich tauschen? Ja, mach, mach, mach. Ja. Ach, tot. Ich hab die falsche Tasche gedrücken. Cool. Äh... Geh weiter. Achtung, da kommt wo du fast geflogen. Achtung, 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 genau. Scheiße. Was? Wieso? Wieso? Ah, okay. Ne, ne, du musst da glaube ich ein anderes Fass holen. Boah. Mach keinen Kack. Okay. Ich versau das. Ich muss erst mal einen Schluck trinken. Okay, warte. Ich mach keinen Kack, ja? Ich weiß noch nicht, wieso wir nicht an die DK-Münze gekommen sind. Keine Ahnung. Da war da irgendwie ein Umschalter, aber normal geht das doch. Oder geht das nur mit einer Metall-Fass? Scheiße, was machen wir denn da? Das war mal direkt springen, ne? Ja, wahrscheinlich nur mit Metall-Fass. Da muss doch irgendwie ein Umschalter sein, wie damals schon in den komischen Level. Nein! Nein! Das war nicht schlimm. Hier wird doch kein Bonus-Level. Okay. Oh nein! Ja, dann muss ja... Egal, wir wollten eh die DK-Münze haben. Und das Bonus-Level. So. 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 Soll ich bis dahin wieder übernehmen? Und du würdest mich dann rein? So. 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 Sorry, dass ich geberagt hab. Äh, 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 äh. Ja, du kannst übernehmen. Okay. Ich muss jetzt so ein bisschen drüber nachdenken, über deine Worte. Ja, ja, ich weiß. Du bist nicht gerade der Schnellste vom Dating her. Dann guckt er mich, wenn er nach Hause gefahren ist. Und sagt, wie übernehmen. So. So. Ja, das ist nicht immer so eine Serie. XY0 übernehmen sie. Weiß ich nicht. Doch, dass er hier Medikopter hat. Medikopter 1.7. Ja, nicht. Auch so geflattert wie du. Ja, ne? Ja. Medikopter. So, landen. Nikopter Dixi kommt. Übernehmen sie. Schraub, 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 schraub. So, genau. Wechsel weg. Warum zieht er dich dein ganzes Scheiß? Mach mich nicht nah. Mann. Boah, ey. Ich lauf so blutrot nach ihrem Gesicht an, ey. Ich hab mir schon 10 Minuten am Stück gefehlt. Ja, toll. Im letzten worauf man wirklich stolz sein kann. So. So. Ja. So in der Art auf jeden Fall. Ja, vielleicht 11 Minuten. Ja. Cool. Weil. Haha. Ich brauch übrigens noch zwei neue Gamepads. Das hält nämlich ja nicht mehr aus. Ich hab überlebt das Gamepad nicht. Ja. Bis dahin zu kommen ist ja nicht das Problem, ne? Aber dann dieses Spiel nicht zu bangen, weil ich die ganze Zeit durch diese verkackten Dinger hier durchliege wie jetzt. Pass auf. Jetzt. Ja. Durchgeflogen dort. Ja. Du bist auch quasi seitlich so nach oben geflogen. Nein nicht. Nein bin ich nicht. Zeichne nachher. Okay, danke mir nachher. Jetzt erstmal durchlaufen jetzt. Ende. Ja, ja. Man zeigt mir das. So. Wie tot. Jetzt gleich. Pass auf. Jetzt. Jetzt gleich mal. Ja, du musst auf den Typ 8 Netzschild hoch. Ja. Also nicht den hier, ne? Den auch nicht. Nein. Zap, zap. Ja. Ja, siehste. Jetzt kannst du meine Reaktion ja verstehen. Nee. Nein, wir müssen schon wiedersehen. Wir haben es echt geschafft in 20 Minuten gleich 60 Leben zu verbraten. Wie 60? Ja. Wir müssen ja ganz schön wieder neue holen. Das heißt nicht, dass die neuen verbraten sind? Nee. Oh ja. Das dauert aber auch nicht mehr lange bis die weg sind. Nee, die kocht doch 1,1 den. Jetzt hab ich voll in. ich schrieb die ganze durch das verkackte mülleimer deckel scheiße wix ding wo ich hätte die so anrufe ich würde ich nicht fluchen aber ich muss das hätte ich meine aggressionen raus so also oder bringen ich habe eine banane wohl seit vier sekunden immerhin war schon gut war doch so lange als ich dir gegeben hätte da schon klar es kommt mir so vor dass ich diesen teil des levels kennen würde das mich hat mit gleichen klappt hat er kommt der näher so klappt springen daneben miteinander das geglitsch ding jetzt wieder versaut jetzt da hat er hat er hat er hat er hat er hat er muss das ich sein ja ich habe auch ich wollte ich habe ich nicht mehr ein Stück weit aber hier muss ja irgendwo was sein um ich habe keine ahnung tut mir leid so sind wir eigentlich eben gefreckt hier an so einer Stelle ich kann jetzt nicht reden konzentrieren höchste konzentrationsphase gerade fasziniert guck dir das mal an hier soll ich drüben springen oder ich habe die jahre verdient genau den leben dem wohl sagen dass er nicht schwer sein wirklich auch mal gesehen ist quasi ich muss ein schlippel machbar wenn der fall ist da viele falle pipeline da wird immer kreativer nein auch nicht die steuerung sind wird hier invertiert die europäische europäische gestorben okay ich nur in nur dieser suche hier in der tiert ja schon naheliegend politische ja ich versuche ich kann einfach nicht schwimmen machen würde ich machen schon wird als affe schwimmen ja auch so ja in die steuerung sind jetzt hier ab die uhr schielen kann bald mal das ende kommen wie lange ist das level denn also mir würde schon ein donkey kong pass rein oh gott das wäre ich nicht aber es nicht ja der gerade durch die wand schwimmt das ist schon hochgegangen aber immerhin 20 bananen obwohl die steuerung invertiert ist NEIN gesehen trotz invertierter steuerung oh nein sieger aller gegner ok mach ich 1 2 3 ja moment die steuerung ist invertiert moment 1 Leute das sieht total dumm aus ne aber das ist echt nicht so leicht 4 5 ne ah ja genau 5 sekunden 4 sekunden 2 2 2 ja ja aber gut also was ist cool wenn fisch das lustige ist ja die steuerung ist zwar invertiert wie andere leute sagen würden aber hoch und runter ist nach wie vor gleich ja genau das ist total verwirrend also nur links und rechts oder rechts und links wie man es nimmt genau ich habe eine Münze gefunden wofür brauchen wir eigentlich diese Münzen da kannst du uns verkaufen was denn bei den Pädobären ne der Pädobär will doch immer nur die Dings nein irgendwer verkauft doch was und was soll das sein keine Ahnung das geht doch um Küm oder so also man ey ja tic tac noch kein Versuch den großen Bruder von dem sie sind fast ohne zu erleben ne ich habe eine Hälfte schon okay machen wir eben Pause genau und dann sind wir gleich wieder also bis gleich Ciao